Ich hab 60 Pfeile. Warte ja, reichen. Was machst du? Ich hab noch mal ein paar Steine mit gerade. Achso. Ich bin unterwegs. Also ich hab auch genügend, daran wird's nicht. Wie gesagt, wenn die an der dran sind, versuch das mal mit dem Messer. Ja, aber die Bären sind zu stark. Verzichtig. Nur wirklich weglaufen davon kannst du halt auch nicht, ne? Ja. Ich will nicht wieder den Bären alleine begegnen. Ich nicht. Ich höre hier sehr komische Tiergeräusche, aber ich kann sie nicht einordnen. Geht das mal ein Wolf? Nee, 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 nee. Rechts ist ja irgendwo. Achso. Ja, ne? Das hörst du auch. Wir laufen mal schneller. Ich weiß nicht, wo lag. Es geht. Einfach mir hinterher. Oh, da, ich seh dich. Wir müssen jetzt gleich da sein. Muss mich gucken. Ja. War eigentlich hier oben irgendwo nicht zu weit gelaufen? Warte mal. Na, gerade nach rechts. Ja. Ja. Hier ist sie. Da. Ja. Ich bin nach rechts abgebogen. Siehst du das Weizen? Hier. Guck mal, da bin ich. Geh ich mal um? Noch ein Stück. Ja. Hier. Perfekt. Okay. Und als ich hier stand, kamen dann die Bären. Okay. Okay, okay, wir haben es. Okay. Das heißt, wir können jetzt weiter zur zweiten Location. Nee. 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 Oder? Da war irgendwas ganz laut gerade. Anna. Ey, 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 ich hab Brüll gerade. Alles ist gut. Ähm, wir laufen Richtung Nordosten. Aber mehr nach Osten als nach Norden. Das ist jetzt ein ganz schöner Marsch. Ja, lass doch. Äh. Jetzt hast du meinen Chat wieder wach gemacht. Guten Morgen. Und das nur mit nem kleinen Ne, weißt du. Ich hab mich aber auch voll erschrocken. Ich war so direkt, okay, Bär, Bär, Bär. Ich dachte auch erst, aber das war Grafik halt. Ich war laut kurz. Äh, hier ein bisschen lang? Oh, ich hör nen Bär. Weit weg, aber schön. Deswegen bin ich auch hier gerade langgelaufen gerade. Siehst du mich noch? Ja, ja, ich bin hinter dir, äh. Okay. Ich bin die, die dann auf den Bären heilt, weißt du? Wenn er auf dich rennt. Aha. Also ich will halt immer gucken, dass ich so laufe, dass ich nicht unbedingt, ähm. Keine Ausdauer mehr gerade. Ja, genau. Dass ich nicht meine Ausdauer, äh, wegstelle. Okay, warte, warte. Da war grad noch ein anderes komisches Geräusch. Äh, ne, das ist tatsächlich, ähm, ausgemacht, Büro, weil da eben auch der, äh, Spenden-Dings noch nicht drin ist, ne? Also weil das halt noch steht. Deswegen hab ich's im Moment komplett ausgesetzt. Würde ich den mal wenigstens sehen? Bin ja so im Auge behalten. Was ist da vorne in der Höhle? Hm, könnte sein, ja. Oh nein, damit endet jedes Abenteuer. Ich sag's dir. Das ist immer so bei uns. Ist da ne Höhle? Hm, lass mal reingehen. Oh, tot. Oh, das ist safe, so ne, so ne Bärenhöhle, Bärenmama-Höhle oder so. Oh, guck mal, ein Erz. Aluminiumerz. Oh. Bin mal mit. Oh, ne, kann ich nicht abbauen. Hä? Ne. Ah, da ist unsere Axt wahrscheinlich schon nicht gut genug. Eisenerz. Das können wir aber abbauen. Eisenerz ist immer wichtig in jedem Spiel. Ja. Da ist ein bisschen Angst, da weiter rein zu gehen. Ja. Oh. Im Untergrund. Danach. Wenn man da ein bisschen mehr reingeht, dann kommt da echt nicht so geile Musik. Was denn? Oh. Oh, irgendeine komische Pflanze. Okay, wir gehen da nicht rein. Alles klar. Sie hat mich angefangen. Ja, das war so eine Spuckpflanze. Ich weiß auch nicht genau. Oh. Weißt du, ich guck so. Es ist ja dunkel. Auf einmal kommt das blau unten. So. Wir gehen einfach weiter. Niemals passiert. Und wie wir da lang kommen. Wir können ja nicht über die ganzen Berge da klettern müssen, aber wir müssen an dieser Bergkette irgendwie vorbei. Ah. Ja, oder das ist hier. Oder das ist hier vorne. Ne, guck mal. Du siehst doch auf der Map, wo es ist. Das ist in 08, äh in O18. Hm. Lass uns mal nördlich an dieser Bergkette hier vorbei. Ich will mich nicht wieder zu Tode stützen und ich will mir auch nicht alles brechen. Nördlich, okay. Wolf? Du bist losgerannt ohne mich. Ich bin doch nicht hinter dir. Hm. Geht der auch los? Ja. Immer ich. So, jetzt gucken wir, was wir mit dem Knochen da rauskriegen. Äh, da sind nochmal zwei. Boah, ich hab sieben Fell rausgekriegt aus dem. Äh. Ja. Ja. Headshot. Geh ich schon wieder. Warte, Panda, bau du die Knochen ab, lass mich die so abbauen. Ich bin zu spät. Weil ich krieg halt mehr Fleisch und mehr Fell raus. Ich hab das gespielt, meinst du? Mhm. Okay. War das ein Krossell von Flauschi? Ja, das könnte durchaus sein. Mal sehen, wie easy die Wölfe zu zweit sind, ne? Die müssen nur den Kopf treffen. Bär! 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 Hinter mir! Oh oh. Halt du durch! Ich komm zu dir! Oh mein Gott! 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 Scheiße, wir sind beide tot. Ich hab ihm auch noch nen Hotshot verpasst, aber... Jetzt steht er hier. Okay, ich glaube, wir müssen uns nicht beide... Ja, komm, überraschend. Ja, aber wir müssen uns, glaube ich, jetzt nicht beide releasen. Es wäre ja klug, wenn sich nur einer releast, damit der andere nicht... Bist du schon? Ich konnte noch nicht. Lass mal hier reindern. Habt ihr, glaube ich, eine Markierung auf die Karte gemacht? Ja, ist jemand tot. Ah, perfekt. Ich behalte den Bär im Auge. Der ist jetzt ein gutes Stück weg, aber ja. Kommt der denn jetzt plötzlich her, ey? Weiß nicht, auf einmal war der hinter mir und ich hab nur so rrrr, streb mich um und dann... Hätte ich von den Kaffee nicht so... Dann wäre ich jetzt nicht so aufgedreht. Eihach. Aber warum immer ich? Die Wölfe auf mich. Der Bär auf mich. Ich kann dir, was soll ich sagen, ne? Habe ich dir gerne getan? Du bist die Meisterkillerin hier. Oh, ich hab Karotten gefunden. Karotten sind gut. Die halten sich nämlich ewig. Ein Sturm zieht auf. Yay. Alles, was man gerade gebrauchen kann. Was ist denn, was ist denn das Problem? Aber Wölfe sind ja nicht das Problem. Der Bär ist, äh... Auf jeden Fall so weit weg, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ich hab mir gerade mal ein Messer. Weil es irgendwas ist. Ich hätte ja eh gleich ein Knochenmesser gemacht. Nügend Knochen. �h. Vielen Dank. Angucken, ob hinter dir was kommt. Ich gehe schon in die Kamera die ganze Zeit. Ich glaube, du kommst jetzt von der anderen Seite. Kann das sein? Ich rufe weiter nach rechts. Vorsicht, da war irgendwo ein Bär. Kann ich dir aus vertrauenswürdigen Quellen sagen. Ja. 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 Na ja. 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 Dann kriegst du das lieber nicht jetzt. Was ist das, Panda? Ich glaube an dich. Seh mich schon. Glaube ich. Ne, doch nicht. Hallo, Gansel. Da liegt deine Leiste. Guck mal, warte mal. Da liegt irgendwas hinter dir, Beutel. Ja, genau. Sehr gut. Da vorne lieg ich. Der Feuerding ist dabei. Ein Fisch, ne? Ja. Ich werde dich wieder beleben. Oh, das ist jetzt natürlich richtig scheiße. Warte mal. Ich hab halt nicht so viel Leben, ne? Ich bin schon wieder tot. Ich auch gleich. Auf. Vielleicht kommt die Sonne wieder. Okay. Ich hab ein bisschen gegessen. Ich werde denn nicht sterben. Ist immer gut. Das Problem ist halt Wasser jetzt gleich. Das heißt, wir müssen Beeren sammeln. Ähm. Hier, warte. Äh. Äh. Ne. Hä? Hier, jetzt. Das ist ein paar für dich. Ja. Doch. Ja, okay. Und ich hab noch ne Wassermelone. Perfekt. Drei Stück. Warte erstmal reichen. Oh ja, ich hab sogar auch noch. Drei. Okay, jetzt hab ich halb voll das Wasser. Lass uns einfach schnell hier langlaufen und hoffen, dass wir... Richtig. Hier ist noch ne Wassermelone oder so. So. Ja. Nehm ich mit. Oh no. Oh no. Wir können da nicht runter. Oder? Ich will es nicht schon wieder riskieren. Geht's? Ja. Na gut. Gut. Okay. Und weiter. Verroten. Wir finden gleich Wasser. Wenn wir irgendwo Wasser finden, dann machen wir kurz ein Lagerfeuer. Aber mit Lagerfeuerbonus recken wir halt. Recken wir es hier gerade. Render bestimmt. Oh, Karotten. Ah, aber wir sind auf sehr gutem Wege. Kaffee. Jep. Kaffee gefunden. Was? Noch mal Bohnen. Soja, Bohnen. Die kann man, glaube ich, auch so essen. Vorsichtig, geht es noch mal runter. Ein bisschen steiler. Ja, aber es geht. Man kann von Vorsprung zu Vorsprung hüpfen. Okay. Hier Wasser. Oh ja. Oh, Hase. Oh. Wolf, erschreck mich doch, du. Gehen doch. Wieso bist du jetzt da hinten hingekommen? Wasser gesehen bin ich hierherlaufen. Kannst du Wolf holten? Ja. Wenn wir noch ein Holzding haben, guck mal da. Dann kann ich dir auch ein Knochenmesser machen. Äh, was für ein Holz? Normales Holz? Vom Baum, ja. Vom Holzscheitel. Vom Holzscheitel. Holzscheitel. Ich glaube, die Bären sind so, dass sie einfach aus dem Nichts kommen. Ich habe die bisher noch nie laufen sehen. Sie müssen nur hinterher rennen sehen, auf einmal. Hey. Ich bin da. Ich bin gerade gespawnt. Direkt hinter dir. Nee, aber... Reist, reist, reist. Nimm nicht so viel mit. Dass wir einfach eins hier hinwerfen. Nein. Okay, Herstellung. Knochenmesser herstellen. Kommen wir hierhin? Damit ich das jetzt... Damit du es nicht ewig suchst. Bist du jetzt schon wieder? Hier. Ich bin Flumi. Guten Tag. Guten Tag. So, fallen lassen. Bitteschön. Guten Tag. Okay. Dann geht's weiter. Richtung... Jetzt müssen wir uns ein bisschen östlich-ost-süden halten. Ah, nee, warte mal. Wir machen erstmal ein Lagerfeuer und wecken. Ja, 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 ja. Bist du wohl Steine, du Stecke? Stecke, 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 stecke. Wie viele brauchst du? Acht Stück brauche ich jetzt. Hier hast du 37. Na klar. Was machst du da schon wieder? In Rehtüten? Okay. Warum stehen hier... Warum stehen hier Dinger? Ich wollte nur ein Dach drüber bauen. Ja. Dass, falls es jetzt wieder regnet, dass wir wenigstens in Ruhe kochen können. Ich habe hier... Was... Dann... Ich habe hier... Was... Ja. Das... ... Okay, Essen brät, wenn das durch ist, können wir weiter. Wenn wir nochmal... ...Bände machen können. Ja, kann nicht. Ich kann vor allem noch 5 Medi-Packs machen. Na, die habe ich eben gar nicht gedacht. Ich habe dir mal ins Haus hier 3 Medi-Packs noch reingelegt. Dann noch ein bisschen Holz wieder. Irgendwann esse ich gerade mein Oxi. Deswegen... Wir müssen eh gucken, dass wir schnell weiterkommen, bevor es dunkel wird. Wir müssen eh gucken, dass wir schnell weiterkommen, bevor es dunkel wird. Die Sachen, die jetzt noch gleich im Lagerfeuer drin sind, kannst du die nehmen und dann können wir los. Mhm. Das ist einfach Bob, der Baumeister. Oh, oh. Ob das... Ob das eine gute Idee war. Das, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Gut. Okay. Wir gehen einfach weiter, ja? Jetzt kann ich ja mal den Feuerfischer ausprobieren, oder? Ja. Na dann, hau rein. Geh aus, Feuer! Aus! Aus! Okay, nein. Alles klar. Lass weiter, bevor es dunkel wird. Essen, warte. Doch, das ist aus! Ah. Ja, sehr gut. Dann hol dir schnell das Essen raus. Oh nein. Hast du? Das war warm. Oh mein Gott. Alles klar, komm. Hinter mir? Noch nicht. Ich muss... Wanda! Ich komme! Ich muss was machen! Ich wusste, das mit dem Haus bauen ist nicht so... Also, wir können das gleich machen, weil gleich wird's dunkel. Dann brauchen wir ein Haus. Wenn wir ganz viel Glück haben, kann ich sogar noch zwei Schlafsäcke da rein platzieren. Nice. Ah, einen Schlafsack krieg ich nur hin. Ja, Phil habe ich auch nicht. Außer du hast noch Phil. Ja, Hauptsache einer kann in der Nähe raus bauen. Ich weiß nicht, was es ist. Bärenmäßig. Wir haben es aber auch gleich. Oh, oh. Wolf. Ich habe meinen Bogen noch nicht ausgerüstet. Kommt er den hinterher? Der schleicht. Ach, das war auch fies, nicht? Ach, das war auch fies, nicht? Ich habe gar keinen Sinn, Kollege. Na klar, fällt er jetzt da runter. Ja, dann sollte man es trotzdem holen, wegen dem Fall. Der weg doch hier. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Mach's doch, na, dann hole du ihn. Ja. Ja. Ja.